Mit unseren 380 Standorten in der Schweiz und 4200 Mitarbeitern ist es uns wichtig, dass wir einen kostendeffizienten Fuhrpark haben und sicherlich auch die Nachhaltigkeit und das Umweltbewusstsein ist uns sehr wichtig und nun hat es uns interessiert, wie die Elektrifizierung des Fuhrparks aussehen könnte in Zukunft. Gemeinsam mit der AMAG und der BKW haben wir uns dem E-Mobility-Check unterzogen und dabei sehr interessante Ergebnisse erhalten. Für die Firma Dosenbach-Hochsener AG haben wir 20 Fahrzeuge mit dem Autosense-Dongle ausgestattet und über 12 Wochen deren Fahrprofile aufgezeichnet. Unsere Auswertung hat ergeben, dass etwa drei Viertel der Fahrzeuge durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden können. Die Gesamtkosten reduzieren sich um etwa 10% pro Jahr und mehr als 50 Tonnen CO2 werden eingespart. Reichweitenangst muss niemand haben. Wir haben aufgezeigt, welche Fahrzeuge aus der AMAG-Gruppe die notwendige Reichweite mitbringen. Und Ochsner weiß jetzt genau, bei welchen Mitarbeitern zu Hause oder an welchen Standorten die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 rezep Toronto ишьsage Vielen Dank.